Hey, schön, dass du da bist mit meinem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Avery und ich bin gerade in StumbleGuys mit dem Banksalot. Und ja, tatsächlich ist eine neue Season in StumbleGuys rausgekommen. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt, das heißt, wir werden heute ganz viele Sachen unboxen nach dieser Runde. Das heißt, ich würde sagen, wir drücken auch direkt einmal auf Play und starten die erste Runde mit dem Banksalot. Oh, die erste Runde wird direkt gewählt und ich denke, wir haben eine ziemlich gute Gewinnchance, denn wobei, du bist eigentlich ein ziemlicher Loop, weil du es gerade zum ersten Mal spielst. Warte mal, wenn ich bitten darf. Okay, ja gut, aber ey, wenn wir im Finale sind, werde ich dich schon fertig machen hier. Wir müssen natürlich den richtigen Weg hier wählen. Mittlerweile bin ich auch schon ziemlich gut, weil, also würde ich sagen, ich habe schon ein bisschen privat gespielt hier. Und, okay, die schaffen das alle so, wie es aussieht. Ey, ich werde die ganze Zeit weggebucht. Ich werde auch die ganze Zeit weggeboxt von allen. Okay. Aber ich werde runtergebucht. Ja, let's go. Ich habe es direkt geschafft. Thanks, Alot. Komm, du Noob. Du schaffst das. Nein, 16 vor 16. Hast du nicht mehr die erste Runde geschafft. Die nächste Map ist, äh, Private Push. Okay. Ich glaube, ich habe das schon in der letzten Folge gespielt, aber komm, du glaubst an mich, okay? Du musst mir alle deine... Das habe ich noch nie, also. ...alle deine Power schenken. Und dann kann ich das schon schaffen. Lol, ich bin gerade einer der ersten. Oder doch tatsächlich einer der ersten. Okay, ich werde es easy schaffen. Einmal hier hin. Dann hier runtergleiden. Zack. Und... Nein. Oh Gott. Zack, gebackt. Aber... Freunde. Ich bin im Ziel. Let's go. Lost Temple. Die habe ich noch nie ges... Also, noch gar nicht so oft gespielt, aber in der Aufnahme. Auf jeden Fall noch keinmal. Und... Oh Mann, das könnte echt schwer werden. Zack. Und... Bam. Okay, okay, okay. Ich bin wieder. Das ist, äh... Das ist Elton schon. Ich bin Elton schon. Was? Ja, ne? Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall Elton schon. Ey, der Superman ist vor mir. Der Noob, der soll weg. Wobei, ich bin eher der Noob, weil ich gerade hinten bin. Nein. Ich darf jetzt nicht verlieren gegen den Superman und diesen... Anderen. Aber der scheint ein ziemlicher Profi zu sein. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das kann... Nein. Ich verliere auch noch. GG auf jeden Fall. Und der Typ, der gewinnt einfach. Der wartet auch noch. Immerhin war ich im Finale. Also, wir können einmal hier unten links auf Rewards drücken. Und wir sehen schon hier, ich kann das hier öffnen, das öffnen, das öffnen, das öffnen und das öffnen. Das heißt, wir werden ganz viel unboxen. Wir fangen auch direkt einmal an, würde ich sagen, mit dem ersten Skin. Flame. Und was werden wir bekommen? Kommen oder besser? Ich hoffe, irgendwas Gutes. Und... Sieht nicht so gut aus. Ankommen! Oh nein, wer ist der denn? Der sieht nicht so gut aus, um echt zu sein. 50 Gems können wir uns einmal abholen. Und den nächsten kommen oder besser. Komm, jetzt muss irgendwas Besseres werden. Einmal Pech. Und jetzt müssen wir doch mehr Glück haben. Komm. Komm. Epic. Ey. Wer ist der denn? Das kann doch nicht sein. Oh man, jetzt holen wir uns 10 Tokens ab. Und komm. Nächstes und letztes Mal. Bitte, bitte. Jetzt muss irgendwas Gutes kommen. Erstes Mal Pech. Zweites Mal Pech. Komm, jetzt müssen wir doch Glück haben. Und. Und. Nein, nicht noch ein Insasse. Oh wow. Hallo da. Okay, der hat sogar... Ey, ein Weihnachtsskin. Ein Weihnachtsskin, den können wir uns holen. Pain Splash ist die nächste Map. Okay, okay, okay. Warte mal. Er hat gerade jemand abonniert und einfach auf den Bildschirm ist eine Nachricht gekommen. Okay. Dankeschön für dein Abo dann auf jeden Fall. Ja, ja. Der hat sich jetzt im Video verewigt. Das heißt, Leute, das ist auch der perfekte Zeitpunkt, um Wärmung zu machen. Jetzt einfach kostenlos abonnieren. Das ist ein Klick und der wird mich sehr, sehr unterstützen. Ey, Bengsel, du bist einfach vor mir. Seit wann denn das? Seit wann bist du so gut? Haha. Du Noob. Ja, ja. Komm. Zack. Und jetzt. Oh, einmal hechten. Und der Weihnachtself, der gewinnt einfach. Bam. Bam. Und. Der Matrix Bro ist vor mir. Komm, das kannst du schaffen, Bengselot. Und. Du schaffst es auch. Blätter, Alter. Boom. Oh, Blockdash. Oh, ich liebe Blockdash auf jeden Fall. Das ist echt eigentlich ziemlich einfach, solange du gut bist, Bengselot. Also, ich habe Vertrauen in dich, dass du es schaffen kannst. Einfach, einfach nicht durchfallen. Das ist alles. Bam. Und hier einmal. Oh Gott. Ich wäre fast runtergefallen, tatsächlich. Aber es sieht noch ganz gut aus hier. Es sind schon vier von acht eliminiert. Ey, wir haben echt eine gute Chance, Bengselot. Wo bist du? Da, ich bin hier. Ach, da bist du. Oh, ich dachte schon, der wäre tot. Der hat gerade schon... Du hast mich fast umgebracht. Oh, einmal hier. Es gibt echt ein Hindernis. Oh nein, das ist etwas schwieriger. Aber ich habe es geschafft. Warte mal. Verliert ihr gerade alle? LOL. Es sind alle tot, außer ich und die andere. Okay, vier Leute noch. Oh, schade. Okay. Vier Leute im Finale. Ach. Bengselot. Das ist auch noch meine Lieblingsmap. Oh Leute, wenn ich jetzt viel Glück habe, dann kann ich auf jeden Fall einfach gewinnen. Ich glaube, ich gehe sogar rechts an. Und der Matrix Pro, der war schon ganz gut in der anderen Runde. Ich bin vor dem. Bengselot. Bengselot. Glaub an mich, bitte. Habe ich noch nie, aber jetzt tue ich das mal. Drück mir die Daumen. Was macht der denn? Matrix Pro ist vor dir. Wie hat der das denn geschafft? Der glitscht sich einfach da komplett durch. Nein. Du hast es auch probiert und hast verkackt. Ja, er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Komm, bitte, bitte, bitte. Ich muss jetzt... Trickshot. Zack. Ich bin... Bengselot, Bengselot, Bengselot. Ey, das ist gerade echt spannend. Du bist... Du bist der Erste. Und runter. Du hast es gewonnen. Du hast es gewonnen. Freunde, wir warten noch auf den Loob. Komm, hol's. Und... Let's go. Wir haben einfach die zweite Runde gewonnen. Bengselot. Also, da habe ich wirklich schon gut gespielt, muss ich sagen, ne? Glückwunsch, Glückwunsch, ne? Naja, dankeschön. Spielen wir noch eine Runde direkt, würde ich sagen. Nächste Map, nächste Map. Komm, es muss irgendeine neue kommen. Und... Jungle Drop. Okay, ich liebe die Map wirklich, weil die ist so easy. Zumindest für mich, finde ich. Ich glaube an dich, Bengselot. Du kannst das schaffen, wenn du dich ganz stark anstrengst. Jo, wie gut. Du bist ja auch an zweiter Stelle gerade. Zweiter genügt mir nicht. Mir auch nicht. Ja, perfekt. Dann lieber Letzter. Komm, und boom. Ich renne sogar außenrum ins Ziel. Ja, ja. Weil ich eh gewinnen werde. Und... Bam. Okay, komm. Jetzt muss irgendeine gute Map kommen. Humble Stumble. Oh man, die Map ist echt schwer. Das kann ich schon sagen. Also, wenn du da weiterkommst, dann hast du echt viel Glück. Oder bist du einfach ziemlich gut. Was hast du? Ja. Ich nehme die Abkürzung. Bam. Okay, okay, okay. Sehr schön, du hast geschockt. Und hechten. Zack, zack, zack. Nein. Du musst außerhalb... Du musst da außen lang gehen. Komm, Bengselot. Bitte. Lass mich nicht alleine im Finale. Ey, wirklich. Gib dein Bestes. Lass dich nicht von diesen Loops übertreffen. Ich versuch's. Ich warte hier auf dich. Wo bist du? Nein, ich werde die ganze Zeit getroffen. Nein. Geh rein. Das kann nicht sein. Schaff. Mach es ohne. Das kann nicht. Ich... Ich spring ins Ziel. Ich hab's geschafft. Oh, du bist... Okay, okay. Komm. Spring. Nein. Du musst es schaffen. Durch die Mitte. Es ist noch ein Platz frei. Du hast den letzten Platz bekommen. Du hast den letzten Platz bekommen. Was wird das Finale, ist jetzt die Frage. Oh, das wird echt schwer am Ende. Aber wenn uns keiner schlägt, dann sollten wir schon gewinnen. Du musst halt immer nach oben. Gott. Ah. Ich halte am besten ein bisschen Abstand von dir. Nicht, dass du mich runterboxt. So, dann hier hoch. Okay, wenn du mich jetzt runter... Oh. Wie kommen wir jetzt da rüber? Ah, da. Okay. Oh. Das war knapp. Äh. Yo, was für ein Profi-Move. Wie gut. Okay, so. Dann hier rüber. Und hier hoch. Ich schaff das. Es ist nur einer eliminiert bis jetzt. Das ist nicht so gut. Da drüben. Wie sollen wir da rüber? Wir müssen. Äh. Pff. Oh, ich werde geboxt. Ich werde geboxt. Echt? Ist ja einer da boxt. Ich werde hart geboxt. Jetzt einmal hier hoch und jetzt... Okay. Okay. Ich hechte am besten nicht, weil... Nicht, dass ich dann runterfall. Zwei sind draußen. Okay, ich nicht. Gott sei... Ey, wie sollen wir das schaffen? Nein! Thanks, Alot! Nein! Ich bin qualifiziert! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Let's go! Oh mein Gott! Einfach durch Glück gewonnen! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gefällt euch bestimmt auch das Video auf dem Bildschirm. Und wir sehen uns!